Ich habe vor einiger Zeit zum Jahreswechsel eine kurze YouTube-Pause eingelegt und ich ganz ehrlich bin, ich habe mich gerade stark hinterfragt, ob und wie ich mit diesem Projekt überhaupt weitermachen kann und ob ich damit weitermachen soll. Und genau in diesem Moment, wo ich denke, okay, jetzt, ihr habt gesagt, bis zu dem Zeitpunkt treffe ich die Entscheidung, ihr seht es selber, geht mir die Kamera kaputt. Mein Objektiv ist kaputt, ich kann kaum noch scharf stellen. Für mich geht es also darum, die richtige Entscheidung zu treffen, weitermachen oder nicht weitermachen. Und ist das hier jetzt ein Zeichen oder nicht? Das Ganze wird noch viel dramatischer, weil ich in fünf Tagen beruflich nach New York fliege. Und was gibt es cooleres, als Videos aus New York zu machen? Allerdings bräuchte ich bis dann eine neue Kamera, die... Ich muss recherchieren, es kostet Geld, ich bin mir nicht sicher, ob ich es weitermachen möchte. Deswegen die große Frage, ist das ein Zeichen? Und wie treffe ich eigentlich die richtige Entscheidung? Mega langes Intro. Begleite mich erstmal auf dem Weg nach New York und dann schauen wir mal, wie wir das Problem lösen. Nach dem Intro. Begleite mich erstmal auf dem Weg nach New York. Ich bin jetzt am Flughafen rangekommen und ich muss sagen, ich liebe diesen Moment, bevor die Reise so richtig losgeht. Man ist auf dem Weg zur Reise, aber noch nicht so richtig im Urlaub oder auf seinem Trip. Ich bin jetzt hier am Flughafen, habe noch eine Menge Zeit totzuschlagen, bin noch mega ausgeruht und euphorisch. Und das ist immer so der coolste Moment, weil man noch so voller Vorfreude und Euphorie ist. So, aber zurück zum Thema, wie gehe ich jetzt damit um? Ich bin per se ein Mensch, der auch an Zeichen glaubt, wenn auch nicht sehr abergläubisch, aber schon, wenn ich mir nicht ganz einig bin, was ich machen möchte, dann Sachen lese, wo ich meine, das könnte ja was bedeuten oder nicht. Und da habe ich jetzt also meinen YouTube-Kanal mit Tunnel-Abonnenten. Ich müsste dafür eine neue Kamera kaufen, die viel Geld kosten würde, zumindest für das, was ich machen würde. Und das wäre schon eine Medium-Kamera, also nur eine Medium-Kamera und Geld, was ich ehrlich gesagt auch vermissen würde. Auf der anderen Seite macht das hier natürlich alles mega Spaß und ich glaube, es hat ganz Potenzial und es macht mich auch irgendwie happy. Aber wie geht man jetzt damit um? Tee trinken. Die Frage wirkt so mega simpel, ist aber total kompliziert und vor allem ist sie anstrengend. Ich glaube, die Kunst ist es, die Entscheidung im richtigen Moment zu treffen. Wenn ich richtig schlecht gelaunt bin oder dauernd bin oder alles in Frage stelle, treffe ich unglaublich schlechte, unglaubliche Angsthasenentscheidung. Wenn ich viel zu euphorisch bin, genau das gleiche. Ich treffe viel zu optimistische Entscheidungen. Die Kunst ist es jetzt, sich selber kennenzulernen und zu wissen, wann man wie entscheidet und den Punkt zwischen schlechter Laune und viel zu guter Laune zu finden. Sobald ich mich hier befinde, treffe ich meine Entscheidung. Ich muss aber wissen, wann ich an diesem Punkt bin, in dem ich halbwegs klar bin und rational eine Entscheidung treffe. Sobald ich aber meine Entscheidung getroffen habe, geht es nur noch in eine Richtung. Niemals zurückschauen, niemals zweifeln und daran glauben, dass man den Plan umsetzen kann und an dem Plan festhalten. Was ihr hier seht, ist meine neue Kamera, nämlich die Canon M50. Ich habe genau abgewegt, wie die Situation für mich ist. Es gibt unglaublich viele Hindernisse und unglaublich viele Sachen, die dafür sprechen, das Geld nicht in die Hand zu nehmen. Und ich bin so jemand, der guckt sich auch viel an, ich recherchiere viel und träume so ein bisschen vor mich hin und wollte eigentlich eine ganz andere Kamera haben. Heißt für mich, was ich festgestellt habe, ja, ich möchte weitermachen, aber es muss nicht das mega teure Equipment sein. Sondern ich habe das rausgesucht, was rational wirklich zu meiner aktuellen Situation passt. Und das ist nicht die teure Superkamera, sondern das ist die Mittelklasse M50, mit der man schon halbwegs fünftige Videos machen kann. Das heißt, es ist nur noch nach vorne schauen, weitermachen und Gas geben. Und genau das möchte ich dir mitgeben, niemals aufhören. Treffe Entscheidungen, bleibe dran und irgendwann weitermachen. Niemals aufhören.